Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, wir haben ja schon mal telefoniert und es ging ja um das Studentenbohnheim, das ich einrichten darf. Ja. Ich bin der Professor an der Uni, gleich um die Ecke. Ah ja. Und ja, für meine Studenten möchte ich ja alles tun. Und ich habe ja schon mal was auf dem Rechner vorbereitet. Und ja, schauen wir uns das vielleicht mal an. Sehr gerne. Ich denke, das können wir umsetzen. Auch mal was Aufzeichnen vielleicht? Ja, sehr gerne. Dann habe ich auch noch mal Stiften und Papiere dabei. Moment. Genau. Ach so. Und wie ich schon sehe, es ist ja richtig schön, das Gestell kann man hoch und runterfallen. Ja. Ja, das wäre echt super. Das würde ich mir echt sehr gut dafür vorstellen. Ja, Sie können sich auch gerne mal weitere Ausstellungsstücke von uns angucken. Ja. Danke für die Hilfe. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Danke. Wieso. Wieso? 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 Ja. Klasse. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.